Die Adventszeit Und abends dann schon Heiligabend Weihnachten kommt in diesem Jahr wirklich etwas überraschend um die Ecke Dabei wurden wir schon am ersten Adventssonntag im Evangelium gewarnt Seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr kommt Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen Klar, mit dieser Warnung meint Jesus natürlich nicht die diesjährige kurze Adventszeit Aber zu denken geben kann uns das schon Wir glauben ja, dass Jesus am Ende der Tage wiederkommt Dass er dann sein Reich vollenden wird Genau daran erinnert uns neben vielem anderen der Advent ja auch Hand aufs Herz Sind wir mit Blick darauf auch schon gut vorbereitet? Üben wir uns bereits jetzt ein in ein Leben gemäß dem Reich Gottes? Leben wir so, dass Jesus wirklich jederzeit wiederkommen kann? Nicht, dass auch das Weihnachten einmal völlig überraschend um die Ecke kommt Immerhin wird es dann ja am Ende unseres Lebensweges um eine Begegnung von Angesicht zu Angesicht gehen Es wäre sicherlich gut, wenn wir hier nicht auf dem falschen Fuß erwischt würden In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen gesegneten dritten Advent Ihr Rainer Woelki, Erzbischof von Köln Erzbischof von Köln Erzbischof von Köln